Jo Leute was geht ab und damit herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal und heute zeige ich euch wie ihr als tier in GTA 5 online waffen benutzen könnt das einzige was ihr dafür braucht ist ein bandito oder ein ferngesteuerten panzer und dann kommt ihr einfach an diese location hierher dann begebt ihr euch zu der peo die pflanze öffnet euer interaktionsmenü geht auf inventar und setzt euch in euer bandito oder panzer rein und da kommt schon der schwerste teil des glitches denn ihr müsst in eurem fahrzeug die unterste steuerkreuztaste und dreieck gleichzeitig drücken dass genau die gleiche animation kommt wie im video gezeigt wenn ihr das nun soweit geschafft hat müsst ihr einfach nur noch warten bis ihr euch wieder eurem bandito oder panzer anfordern könnt setzt euch dann rein und müsst danach sofort die optionstaste drücken im pausenmenü angekommen müsst ihr dann einfach nur noch auf das criminal enterprise datapack gehen und danach einfach die sache noch beenden und dabei dann das steuerkreuz nach rechts spammen wenn da alles geklappt hat könnt ihr schon sehen dass diese komische animation auf euch zukommt und dann spawnt ihr wieder im frei modus als tier ab diesem moment könnt ihr dann wieder euer interaktionsmenü öffnen und euch dann waffen kaufen ich hoffe das hat euch gefallen wenn es so ist zeigt mir mit einem daumen nach oben ich bin jetzt wieder aktiv und diesmal meine ich es auch so bis zum nächsten mal leute tschüss bis zum nächsten mal es ich 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 j es ich ich ich